ich glaube die neue map ist im moment echt nicht dran oder spielen die leute einfach lieber auch die alte oder was muss sein wie ich mal zum erzähl ich dir später achso falls das ne folge werden könnte wie ich mal jemandem auch gesagt hatte damals das ist der clou der oben auf dem podest ist er hatte ich beispielsweise bei mir in der wohnung gestrichen hat er gesagt so ja und ich war dann auch immer war das wie so eine kleine pause und so eine belohnung wenn ich mir eine geraucht habe ja ja ich aber pitching glaube ich noch nicht dazu da schon sind ja mein die moment ja auch zu mir so gut ist das ja auch nicht absolut aber auch nicht gut das meinst du jetzt nicht sondern so dieses sich mit einer zigarette belohnen wende ja ja genau genau er ist auch nicht gut aber das machst du halt leider als rauch ist auch in dem moment auch gar nicht drüber nachgedacht das ist ja nur ich können ja nicht die zigarette war einfach diese fünf minuten pause aber jetzt denke ich mir mittlerweile schon so ja das war schon irgendwie so ein bisschen die kippe war ich so die belohnung die pause ja auch aber merke übrigens jetzt wieder sehr stark dass mein bildschirm dreckig ist ja ich glaube auch was ist hier alles klar das heißt wir gehen erst wieder ganz weit woanders hin ja wir haben jetzt guck dir das mal an jetzt haben wir so ein glück wo sind jetzt die ausgänge ja gut lust jetzt den boss so früh zu machen und dann sind alle auf der map hinter uns her nachher obwohl wir könnten auch einfach so lange da drin kämpfen bis wir alle haben jetzt habe ich dich getroffen ja ich glaube meine auch man wollte den weg zurück den wir gekommen sind ich habe jetzt aber ja ja ich möchte mal weg falls ja und falls wir uns nachher anschleichen müssen ist das gut wenn die hunde schon mal weg sind da sind wenn wir drin sind und ja das stimmt aber da wir uns jetzt dagegen entschieden haben ja aber ich sag mal falls wir später wieder hinkommen und dann doch drin sind ja aber glaubst du wohl nicht dass wir dann die ersten wieder hier sind wir gucken wo wir jetzt erstmal hinrennen müssen für die anderen klose kann ich auch sagen dass wir von der anderen seite kommen also es ist immer so ja die von blanchett oder pitching oder wo auch immer die gerade geschossen haben die haben uns jetzt eh gehört die kommen es jetzt sowieso erstmal entgegen ja vielleicht oder sind auch beim pitching oder healing oder wo auch immer der schuss ich sag mal die laufen ja auch nicht immer direkt zu den schüssen hin nein aber wenn die den clue geholt haben ne dann ist ja wahrscheinlich dass sie dann stimmt also rechts und links sind zwar ballern wenn wir gerade schießen das Dingborder glaub ich alles vor uns ja dem gesuch jetzt durch ey wo ist ne clue hier ist keiner mehr ach ja oh mein Gott ja da ist aber nicht dass hier nicht noch Leute nach clues suchen das ist nämlich mein problem ich renne dann immer schon so ach hier im pitching ist ja eh keiner weißt du ja da warst du schon lange dran vorbei ja vor allem soweit ach ne scheiße ich hab da Dings nicht gehabt ich dachte grad ich hab Tiergesicht aber da hab ich ja nicht ja Wieso ja den schluss oder offen ja ja kann sein dass der vorher schon getriggert war nur wild durch die gegend rumrennt aber neben mir recht irgendwo den hassen sehr gut haste ich habe gedacht höre ich steps und ja weil ich gerade schleichen wollte zum hören ja alles gut ich war mir gerade nicht sicher wo du liegst ja ja gleich hier gesehen ich weiß nicht ob bei mir nicht gerade somi getriggert wurde direkt hinter der wand weil ich habe mich eigentlich nicht bewege ich habe mich nur geheilt aber ich habe keine steps also ich sehe die familie kommt auch hier nach vorne war wahrscheinlich dann doch wegen wegen dir vielleicht sogar weil du gerettet ist weißt du denn die werden ja schon relativ weit poli ja da konnte mir natürlich die headshot geben weil ich dachte links werden die halt wegen dem ort und ich habe nicht ja vielleicht wurde der mord die wirklich auch von uns getriggert das kann auch sein weil jetzt ja weil dann wäre doch nicht da mal links gerannt was hatte der hier für warte die wetter lee und ok da bin ich jetzt überhaupt nicht hochgeglitscht nein nein ok 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 still water hä aber hier ist auch nicht ach nee den hast du gemacht gerade den zombie ne weil da ein schlagringe in der luft ist ok dabei jetzt eher cyprus nicht gerade da drauf ok hier muss genau auf die kante gucken ja ich komme gleich richtung worden wieso wird jetzt hinter uns geschossen ja war gerade auch schon das ist cyprus wahrscheinlich dann die richtung bounty hat glaube ich direkt gewechselt weil nur eins gepickt ist und ich habe glaube ich schon den zweiten namen picken sehen ja ja hat schon gewechselt definitiv sind ein paar dicke waffen wieder am start und heißt ich bin one shot die nördlich nordöstlichsten hunde bei ellis oder so hat aber nur einer gepickt immer noch stimmt das recht jetzt sind sie ruhig da ist kommen jetzt rüber doch nicht das war doch jetzt von norden oder nicht gar nicht mehr durch was für ne strange runde vielleicht sind ich meine manche leute farben ja auch so ist halt nicht ne ein bau und die bewegt sich auf jeden fall richtung ausgang ja ja der ist glaube ich alleine ist das ein solo oder sein kollege ist noch dahinten bei ellis der sich getrennt hat hinter mir haben hinter mir close auf westen ja das war nicht meine was steckt mich mal eben ja ein habe ich rennen sehen die rennen richtung bau und die die sind an der kutsche glaube ich gerade ich kenne steps mehr höher das heißt aber da kommt der bounty natürlich raus aber der ist schon am ausgang vielleicht sind hier auch abgedreht richtung ist der worte aber ich habe keinen ich habe nicht weiter rennen gehört ja vielleicht sneaker jetzt von da ich meine warum sollte der da chillen ja vielleicht weg wegen der sich das andere bounty holen will oder hat man aber die steps nicht gehört weil er ab dann zu weit weg war glaube ich aber nicht dass der sauner kutsche ein bisschen leicht vorbei ist und dann richtung der ist ja echt weiter gelaufen oder hat er uns gehört dann aber wir sind in dem moment nicht gelaufen eigentlich ich bin aber leise ich bin nicht also ich glaube nicht dass der uns gehört hat da ist der bounty ist strange das ist eine absolut strange runde ja voll weil die auch an 10.000 anderen stellen ballern und dann müssen da doch zwei solos gewesen sein und der war jetzt glaube ich auch alleine oder ja gut müssen nicht zwei solos gewesen sein weil es kann also ja typ 2 gekillt hat stimmt der die gekillt und sich dann das eine bautige snack der anderen war noch nicht aufgehoben ja das ist ein bisschen war warum ist der typ hat er das bounty noch nicht jetzt frage ich mich ich weiß auch nicht ob er alleine ist ich glaube ja aber ärgerlich hätte ich besser abfangen können glaube ich direkt hier drin oder ja also ist er links hinten weg glaube ich kennt der der ist hinten hinten links ist schon noch nicht mehr in dem haus hier weiß nicht ob er in dem anderen haus ist oder ob er rennt ja ja passt auf soweit ist er nicht weg ja 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 der zieht voll durch aber voll ja würde ich als solos auch machen ja wenn er solo ist das läuft selbst aber ja vermutet es kann irgendwie so ja vor uns jetzt irgendwo kann er an der mauer sein ne ich da hinten sehe ich ihn hinten an der mauer an der hinteren ok ja an der hinteren war schon noch vorbei ja ich weiß nicht ob der da nicht stand aber ein zombie verdammt verdammt ja ist er auch scheiße hier komme ich nicht rüber wir sind gleich am exit ist er auch nicht jetzt das geräusch und rein damit er nicht abhaut geht ich auch nicht rechts rechts der ist weg ne gibt's doch nicht ich dachte wir waren nah genug dran mein dynamit wär perfekt gewesen ok ach man ab zur spinne will ich sagen ja wir müssen ja sowieso hier rüber wir können auch hier chillen können ja auch ein bisschen also so ellis farben oder so ja genau weil pfff und dann gucken wir so hinten rein weil bis wir jetzt wieder dahinten sind ach gibt's doch nicht ey das ist das ist strange wieder alles das ist vor allem ist die runde hier diese eine wir können auch bei stillwater sonst noch Leute looten gehen und wenn die nicht geloot wurden von beiden ja aber komm lass mal gucken oder es hat nur einer gepickt also einmal kann man die bestimmt nur looten naja es war ja einer der die direkt da gekillt hat also den direkt da gekillt hat und jetzt war noch einer da vielleicht hat der ja auch noch ja aber der hat ja nur der bounty gepickt ich glaub nicht dass der wer weiß ja gut dann kann sein dass der noch gelootet hat hä aber dass ich das dass man den auch nicht hat weiter rennen hören ich hab ihn ja gesehen und dachte dann wäre er an der kunstschule weil ich keine steps mehr gehört hab so instant hm ja vielleicht sahen wirklich irgendwie auch ab dem moment wirklich gesneakt weil er als ich selber dachte schon so ich will nicht zu nah an stillwater rennen keine ahnung wenn man es einfach hört ok 2 sind weg wahrscheinlich sind 2 tot 4 6 dann könnte es immer noch lag sein insgesamt aber ich glaube so viel wie geballert wurde ja ja also wahrscheinlich sind die mit dem bounty bei cypress die letzten weil die werden vielleicht auch schon ein team da gemacht haben ja danke auch wenn wir anfallen ist das auch zum Glück hier oben drin gewesen oder war er unten ja ich weiß es nicht ja ja hier oben ist auch hinter der Tür aufmerge ich will nicht immer ja ah Mist ey so dann hätten wir echt schneller dem hinterher gehen müssen aber ich dachte halt er hatte angehalten und ich wollte mich durch meine selbst dann nicht verraten das auch bereits geblühen hat aber wir kennen und keine ahnung kann sein hat er nur einmal gelooten werden kann aber das ist das nicht aber das kann man auch nicht aber dann liegen hier drei oder 33 sprich wahrscheinlich 21 sind raus drei einzelne und ein zweier team wahrscheinlich liegt hier auch noch was kann sein ach so der bird out ja das war wahrscheinlich sein kollege das konnte er nicht wiederholen naja und der andere jetzt der vorher seinen kollegen schon irgendwo verloren aber sagen wir jetzt mal das waren jetzt fünf die wir gezählt haben noch drei da zwei draußen fünf mit uns in sieben sprich fünf können noch theoretisch sein zwei haben es bauen die sind auch drei übrig dadurch dass sie so geballert haben vermute ich wirklich und hier hinten auch so lange geballert wurde ich geh 100 pro davon aus dass die vermuten dass die allein sind ja ja aber wir hatten gerade noch rahmen aufgescheucht aber es war auch so weit weg mein super weit weg das werden sie wohl nicht gehört haben ja und die werden gleich bestimmt noch mal gucken das kann sein dass uns mag wir sehen was auch recht zu traben da muss ein nahkampf machen und fällt einfach die dinger schlagen online jetzt kommt mord hier oder ja eben deswegen bin ich da nicht mehr hin die laufen über pitching könnte sein dass die unten an der küste lang laufen richtung chapelausgang wo wir eben waren und das war nämlich direkt wieder rüber ja ja lass mal rüber wieder du siehst auch schon die blitze jetzt also könnten die gleich schon sehen und die uns auch ich hoffe einfach dass die jetzt nicht zwischendurch sehen sie ein bisschen überraschen können zumindest ja wir auch ja die wollen nach stillwater noch looten vielleicht haben die sich immer gedacht wir sind halt mega offen gerade hier ist auch doof oh die kommen ja wir gehen aber unten um den see rum sprich wir gehen noch ein bisschen vielleicht hier links rum mit stillwater ein bisschen ich gehe mal direkt zu stillwater ok weil da haben wir vielleicht ein bisschen deckung die nicht oder sind runter sind hier scheinbar im feld vor mir ja die sind aber weiter hinten ich sehe sie nicht die sind ganz weit im süden das land lang laufen oder ach die kann da auch meinst du die farben schon das kann sein ja ja relativ close was ist jetzt hinter stillwater her laufen wollen um uns zu umgehen vielleicht haben wir uns schon gesehen denken sich einfach nur raus ne weil fürs farben schießen ist mir irgendwie schon wieder zu wenig ja aber du kennst das doch wenn du dann zombies suchst findest du keine ja genau so pass auf ne so weit sind die nicht weg gerade hier müssen sie definitiv übers wasser ja wir müssen sie eigentlich sehen ja wenn sie bei brücke gehen sehen wir sie und da steht auch ne high stand high ja da sind sie ja da sind sie siehst du sie? ja scheiße einer hat nen hit sehr gut die rennen jetzt grad zum ausgang oder? äh ich bin mir nicht sicher ja die rennen weiter ey die rennen doch nicht weiter ja bestimmt oder? die haben doch bestimmt nur sicht doch sieht so aus als wenn sie rennen ja oh nööö fuck willst du mich verr更schen ja weil dann pass auf die sind du kannst abfangen mhm nur alleine ist das problem jaa ich weiss ich tu mein bestes aber Ach, Scheiße. Hätten wir doch da zählen können. Ne. 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 Einen habe ich daumen. Einen Haster. Sehr gut. Ich bin aber auch fast daumen. Der wirbt was. Ja. Mit dem hallen? er hat sich vor mich hingesetzt der war mit dem rücken zu mir der war komplett auf dich fixiert ich wollte mal überlegen ob ich denn neife so ganz gemein jetzt kommt bestimmt noch welche aber ich pick mal eben schnell und drehen mich einmal ich sehe nix die beiden den einen hier heute bei rival 78 also rüppeläufig und colt weil pax hat er kurz wieder raus mein 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 ding und sehr dann blut ich den mal eben schnell der genau mein loader wird hier die werden sich so ärgern ja komme ich hier noch raus jetzt kannst du mit raus ich tut noch wir können dann ja raus eigentlich oder ja scheiße die folge muss ich definitiv hochladen allein weil die so strange also echt strangeste runde die jemals hatte ja jemals weiß ich aber schon also irgendwie einzelne und da geschießen die und da und hey das war echt seltsam keine ahnung was da abging die dachten die sind alleine die sowieso das hast du gemerkt wie die reagiert haben so die sind mich irgendwie auf der brücke gewesen ich habe auf die geschossen und irgendwie sind die dann also ich habe eingehltet und irgendwie war dann so kam als ob die so ok schnell weiter und gesagt haben das sofort gesagt rennen durch ist egal lauf einfach wir haben auch keine sich mehr gehabt glaube ich weil ich war im ausgang ab da einen angeschossen er ist dann wieder ein stück zurückgegangen und sein meter vorne war ist glaube ich weiter nach vorne gelaufen aber keine ahnung genau auf jeden fall ist er wieder zurück gegangen kurz danach ist er doch weiter gelaufen ich glaube da waren totales chaos bei denen so was machen wir jetzt ja ja und jetzt gerade der war so auf dich fixiert der hatte dynamit geworfen und ich tauch der steht der stand direkt vor mir und hat sich dann hingehockt hinter die kiste und ich habe ihm einmal in rücken ganz gemein geschossen mich direkt hinter ihm stand ja nice vier kills drei kills von mir und noch ein assist hey wen haben wir denn noch also den haben wir wer 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 ist denn noch geschossen bei blanchett die beiden die dich von hinten überrascht haben ach die das war ja auch noch in dieser runde stimmt das vergisst man gerne ja voll ja ja komisch runde